Moin Manulo! Herzlich Willkommen zurück zu Q-Worlds! Yo, wir sind wieder dabei und ja, wir haben beim letzten Mal gar nicht erklärt, wer welche Klasse spielt und das machen wir mal gerade. Ach genau, ja. Also ich spiele Magier und bin halt ein Frogman. Und ich bin ein Ranger als Elf. Ich bin ein Zwerg als Assassiner. Und ich bin ein Mensch als Krieger. Genau. Der Menschenskrieger, genau. Und wir haben letztes Mal hier aufgehört bei dem Baum. Mittlerweile ist es irgendwie, weil wir gerade ein bisschen geraucht haben, ein wenig dunkler geworden. Aber wir sehen noch die Umrisse des Baumes im Hintergrund. Zumindest, wie ich sehe das noch in der Aufnahme, wird es wahrscheinlich ein wenig dunkel sein. Da müssen wir sowieso mal gucken. Wahrscheinlich muss es ein wenig heller sein. Und da vorne ist ein Camp. Sind das denn friedliche? Feindliche? Feindliche? Feindliche! Plus 2! Oh Gott! Leute! Was heißt Plus 2? Was heißt die Plus 2? Keine Ahnung. Super stark. Ehrlich gesagt nix Gutes. Hört doch stehen, wir wollen ja angreifen. Nein! Ich bin drei Schläger, ich war tot. Ah! Ah! Oh Gott! Gigantischen Hammer! Wir haben schon rausgeblieben. Wir warten mal auf euch, ne? Ja, ja. Äh, wo... Hä? Oh Gott! Oh my Gott! Es ist sehr dunkel, also in der Nacht wird es irgendwie richtig, richtig dunkel. Ich bin grad vom Berg gefallen. Ja, sehr gut, ne? Wir warten dann mal hier. Ähm, ja. Wir wollten aber immer noch nach... Sollen wir immer noch nach Norden gehen trotzdem? Oder sollen wir jetzt irgendwo uns zu dem anderen kreuzen da? Weil die sind ja die... Weil diese Schwerter sind ja... Die sind jetzt im Süden. Süden? Ja. Wollten wir nicht nach Norden gehen? Ja, eigentlich schon, aber die sind im Süden. Äh. Okay, die sind im Süden. Ja, dann gehen wir jetzt nach Süden. Und der Name von Baum ist rot. Anscheinend sind da dann auch nur rote Gegner. Ja, ich würde sagen, das ist noch ein bisschen heftig. Das ist so wie bei... Ja, im Prinzip bei fast vielen MM... Oder richtig vielen MMOs, dass halt... Ja, die Gegner, die rot sind, besser mal nicht angreifen. Ja. Und das ist lieber nicht gleich. Hm? Keine Judo-Rolle. Ne, mittlere Maustaste. Ich muss mal... Ich stell mal... Ich stell mal gerade... Ich stell mal grad die, äh... Helligkeit, glaub ich, wenn das irgendwie geht. Geht das überhaupt? Ja, sollte gehen. Äh... Wo gibt's denn Helligkeit? Äh? Seh ich nicht. Nicht? Nee. Vielleicht hat er das absichtlich gemacht, damit man die Nacht nicht heller machen kann. Äh, ja, dann seht ihr jetzt wahrscheinlich erstmal nix. Was wir hier drüben? Links? Nee, aber wir müssen nicht trotzdem in den... In den Süden? Ja. Ja, wir wollten in den Süden, aber halt. Ja, hier, dann kommt doch hier. Alter. Wenn wir mal die Kreuzen da laufen, die da sind, dann fühlt sich das Schwerd noch. Äh, hier müssen wir, was gespawnt ist, was da auch wird. Okay. So, da sind die vier... Blah, hört die Welt. Ah, ihr looking for weapons? Wir sind freundlich. Das ist Wälder? Ja. Do I know you? Und are you looking for bombs? You should visit the item shop. Are you looking for freedom? Are you looking for free... For free... Oh, hier ist das Klasse. Gameplay. ... Genau. Blub, blub, blub. Oh! Nein! Woher kommen die denn? Von draus, von bald kommen die her und wollten die schlagen, als Weihnachtes wäre. Alter. Alter, wo kommen die denn her? Einfach so'n dunkeln. Blub, da. Das ist halt dieser... Ah, da ist noch einer. Loll. Loll! Ey, der hat Leftovers. Ups. Ich wollte ihn nicht aufnehmen. Was sind das? Leftovers? Hm. Vielleicht ist das ja so'n unidentifiziertes Gedöns. Ist das für euch grün? Oder steht da was dran? Ja. Ne, das ist rot. Bei mir ist das grün. Power 20. Ja, aber das ist trotzdem plus 20. Darunter steht Power 20. Ja, ich glaub das ist irgendwas für die Krieger. Steht da noch irgendwas dran? Was ist das? Was ist das vielleicht? Weiß ich nicht genau. Wir können es ja gleich identifizieren. Wenn es was fürs Krieger ist, gebe ich es dir. Ja. Ach kacke, Mann. Du bist aus der Rogue. Alter, das ist echt hart, wenn man hier in den Wald geht und nichts sieht. Man sieht echt... Weiß ich nicht. Man sieht echt gar nichts, ey. Das ist also so um sich herum so 2 Meter. Jetzt steh ich wieder ein bisschen mehr. Ich glaub es wird wieder Tag. So schnell? Es ist 22,43. Es wird nicht. Ja. Also ich glaub es wird gerade erst Nacht. Bei einer Temperatur von 21 Grad. Können wir kurz etwas Essen kochen gehen? Feuchtigkeit 33 Prozent. Ja, können wir machen. Ich hör mich gar nichts. Nothing zu meinen. Stimmt, dann geht der Lachen schneller weg. X. Pumpkin Muffin. Ach, dann muss ich einfach links... Oder was muss ich drücken? Links klicken? Ne. Ne, unten ist so ein Schwert. Ah. Und da musst du dann gedrückt halten auch. Kannst du... Musst du nicht immer einzeln klicken, sondern kannst gedrückt halten. Ich kann mir einen Boomerang bauen. Boomerang? Ein Boomerang? Ein Boomerang. Ein Pumpkin Muffin? Was brauche ich denn dafür? Requires Loom. Ein Pumpkin. Requires Loom. Requires Anvil. Anvil? Oh nein, er hat den Tag noch dazu getroffen. Amboss. Und Loom ist ein Webstuhl. Ach schön, hier so ein paar Helden am Lagerfeuer. Yay. Erzählten sich Geschichten aus alten Tagen. Das Lagerfeuer sieht aus dem Hakenkreuz. Jetzt hast du es gesagt. Oh ja. Rassistenfeuer. Ja, ist ja auch vom Deutschen gemacht. Ah, wir Ungern, es besterben. Besperren. Wollen wir mal lieber damit auf... So. Ja, ne, aber das Spiel ist echt vom Deutschen. Ja, stimmt. Das kann man auch mal da hinzufügen. Das ist tatsächlich... Oh, lol. Hey du hier, Scribble. Alter, das ist rot. Oh Gott. Auf die Fresse. Oh Gott. Der Schiedearmbrustmann macht es down. Kill it. Kill it with fire. Oh Gott. Oh Gott, noch was. Oh Gott, da kommt noch irgendwas. Ja, aber der Ork ist nur... Den schaffen wir, den schaffen wir ja auch. Wieso hat den Spielaufschicht geil gemacht? No, der hat es geheilt. Kein Plan. Oh Gott, ich sterbe. Die sind tot. Der lustig. Wo ist denn das cool? Alter, hier sind zwei. Ich bin gleich bei euch. Bam, der ist down. Ich sehe Lampen. Äh, Schlampen. Yay. Hier ist noch ein bisschen Geld für mich. Alter. Wie viel muss man denn trinken? Oder essen? Viel. Sieht aus, als würde er euch küssen. Oh ja. Oh ja. Aber ist doch so geil, dass er den Pineapple-Ring sich so einfach quer in den Mund steckt. Ja. Vor allem der Zwerg kriegt das gut hin. Ja. Ja gut, der Zwerg hat ein großes Mundwerk. So. Der Zwerg ist erstmal instant voll. Okay, weiter nach Süden. Irgendwie sind eure Lichter stärker als meine. Ich verstehe das nicht. Okay, ich war ne Video. Wow. Finde ich cool. Finde ich cool. Finde ich cool. Wow. Da gehen wir mal viel zu tun. Weil den Schuss aufladen bringt irgendwie gar nichts. Auf die Läder oder so? Ich muss jetzt mal wieder was essen. Adrian, du auch? Dieter. Ja. Ja. Nein, ich wollte den Trank noch nicht sehen. Alter, er kann das für Kuh unternehmen. Ne. Man kann leider noch keine Steuerung ändern. Und ich müsste gleich noch grad ins Wasser. Warum? Da vorne kommt der Flaschen. Wasserflaschen füllen. Oh. Wir sollten gleich klatschen. Busch. Busch. Äh. Droppt Holz für mich. So. Huch. Ah hier. Alter, ihr seid dunkel. Ah da. Da guck ich auch nochmal. Also ein Hase abtrinkt der jetzt? Flitsch platsch. Ne, leu. Das hat er sogar ne Animation. Sucht er nach Essen oder wat? Ne, der muss trinken. Ja, er ist voll. Okay. Dann ist so komisch aus. Ich will auch noch einen Hasen finden. Ich auch. Dito. Wow. Okay, hier nochmal. Alter. Vor allem, dass da auch so Blöcke dann aus dem Wasser platschen einfach. Ja. Cool. Ja, wie gesagt, deutsches Spiel ist halt wirklich, ist echt nicht selbstverständlich, dass dann solche, sag ich mal, auch so eingängigen Sachen dabei rauskommen. Und äh. Ein Terrier. Ja, erstmal angreifen, genau. Ja. Ja. Das war's mit Terrier. Das war's mit Terrier. Doch so cool, dass er sich so in die Kurve legt, wenn er so nach links oder rechts geht. Ja. 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 Aber auf der Minimap sieht man eigentlich noch ganz gut, wo man. Aber das wäre auch hart, wenn die Minimap auch dunkel ist, dann sieht man nur noch einen schwarzen Fleck. Ja. Ja. Ich bin der Ninja. Seht ihr mich? Boah. Tch. Links halten. Ja. Wir hatten das so ein Lagerfeuer. Lagerfeuer sind gut. Disco time. Allein wenig Ginseng. Können wir uns ein Süppchen machen. We love Disco. Leute, seht ihr den Berg da? We love. Witch up. No Witch. Audi, ich glaub die ist gut. Ja. Oh, die gibt... Pet Food ist dann bei Nana's gut. Ranger. Was ist denn das? Der Bananas Blut hat sich das Granger direkt genommen. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab ein Pet Food genommen. Jungs, seht ihr den Berg da? Auf der Minimap. Oh. Was bringt schlafen? Ach, Herzen regenerieren. Ich will auch schlafen. Und es ist jetzt nach 0 Uhr und anscheinend sind die Schwerter worden das. Hä? Ja. Die verschwinden die Tag für Tag oder was? Anscheinend. Okay, du bist voll. Aber ganz weit hinten im... Nee. Ja, das ist aber echt noch weit. Ja, dann lass uns mal auf dem Berg drauf. Ich seh... Ich seh ganz rechts Krogor Castle. Okay. Rechts auf der Map. Da... Also ich kann das schon sehen. Und eigentlich wär das doch gut, wenn wir dann... Das ist blau bei mir. Dann könnten wir das doch machen, oder? Oder lass eben zum Berg noch. Weil da war ja grad das Schwert. Berg? Oder wir warten, bis ich geschlafen habe. Schießt du den da nicht? Auf ein Mini mehr? Ja, aber da... Wir können gerne noch hin. Ja, mach mal Feuer. Dann machst du Licht. Eine Attacke da. Piu, piu, piu. Piu. Okay, das... Doch, da! Bäume! Hä? Bist du sie wie sie macht schulen. Oh ja... Dass du die noch siehst, ey. Wie da disco Licht. Disco! Disco Inferno! Disco River! Alter, wie sollen wir da hochkommen? Der Leiter! Alter, das ist der Berg von Gott! Da oben wohnt Zeus. Ohne Sinn und Verstand einfach mal hier hochklettern. ist irgendwie auch nicht das alter ich glaube nicht dass das machen wenn du recht überlegen ist ein bisschen zu dunkel zum klettern kann doch hier ist wirklich dann rock of anger also da will ich jetzt aber dir der ist aber der ist der ist aber blau gewaltig ja und ich glaube wir sollten erst stammen das wählen also hier klein wenig sonst kommen wir da nicht hoch das ist schwierig nach kacke und einiger auf der anderen seite ich habe glaube ich einen ganz guten weg gefunden ich renne gerade irgendjemand hinterher und ich falle erst mal auf die schnauze das ist hier oben setzt man leicht ja er hat sich weit oben ja ich bin hinter der das ist mein stamina wieder auf ist da wir haben wir ja elbe wacca wacca stamina ach ja weiter stamina auf wacca gilt es nicht weiter was wird da recht das heißt nicht hier runter geht es auch nicht ein bisschen ne ich glaube hier hoch kommt doch hier da kam ein bisschen stimmt da hinten können wir weiter klettern also ich bin ja schon relativ weit oben ich bin ich bin oben ich bin steh in der wolke wir müssen doch noch ein bisschen weiter runter nein verdammt zu wenig stamina wie hast du das denn geschafft basti hier ist auch ein weg wo ich bin ich bin komplett oben aber ich sehe nix weil direkt eine wolke in der fresse ist ja ich brauche nicht mehr lange bis nach ganz oben ja ich stehe oben drauf so und hier wohnt der froschgott moment der froschgott der froschgott fraco mir ich bin oben ist das denn da ihr seid rechts umgegangen was das denn was hier das papier das papier mit den leuchtenden roten augen das ist eine flere muss als die händen was denn kommt sehr ja ich bin da hier sind auch noch zwei andebs und tote haben die plus irgendwas oder sind so grün blau ich glaube links ich will trotzdem warten auf die anderen ja also woher seid ihr denn noch da sind beide gestorben also ich bin gestorben dann wenn schon denn schon ganz hoch du klettert bitte schön links bei mir geht so ja ja oder was heißt links im westen hat man kann sogar auf der minimap den höhenunterschied sehen ja das aber das wird in dem fall finde ich das ganz gut und was für eine aussicht und hier regierten sie ihr land ich glaube hier rechts oder es ist hier rechts hier sieht es auch richtig aus bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal